Von Kreationisten der Unis und von Flacherdlern und wie sie politische Reformen erschweren, ja, für solche Parteien die Basis oder wir 2020, ja, sozusagen, wir müssen uns immer klar sein, dass wir genau solche Verwirrungen haben und dazu passt ganz gut, wo ist es hier, so ein paar, da gingen so Kommentare hin und her bei diesen Kreationisten, also der Kreationisten sind Menschen, die vielleicht sogar sagen, ja, ich finde Charles Darwin und Alfred Russell Wallace, die Begründer der modernen Evolutionsbiologie und damit des wichtigsten Teils der modernen Naturwissenschaft, ich finde die ja ganz toll, aber dann im nächsten Satz sozusagen gegen alle, sozusagen alles ignorieren, was Darwin und Wallace herausgefunden haben. Die haben nämlich ein universelles Prinzip herausgefunden, gegen das man keine Politik machen darf, wenn man nicht scheitern will, wie unsere jetzige Regierung und so weiter. Nämlich das universelle Prinzip lautet ähnlich wie bei Newton, Sir Isaac Newton, sozusagen, der uns ja beigebracht hat, dass Wasser nicht grundsätzlich bergauf fließen kann, dass man bei allem berücksichtigen muss, dass der Mond die Erde anzieht oder die Materie auf der Erde anzieht, deswegen auch, dass die Gezeiten stattfinden, ja, dass also Mond Anziehung ausübt auf alles, was auf der Erde ist an Materie und die Erde auf alles Anziehungskraft ausübt, was am Mond ist, dass die Erde auch Anziehungskräfte auf die Sonne ausübt, die Sonne Anziehungskräfte auf die Erde und dass die größeren Massen natürlich größere Anziehungskräfte haben und dass deswegen auf Dauer Wasser nicht einfach so bergauf fließen kann. Ja, wenn Wasser Schwung hat, kann es natürlich eine Zeit lang mal bergauf fließen, aber sozusagen über längere Zeit widerstrebt das sozusagen der Erdanziehung, die ungefähr irgendwo ist ein gewichtmäßiger Mittelpunkt der Erde und dieser gewichtsmäßige oder Massenmittelpunkt der Erde wird alles Wasser immer zu sich hinziehen, also wird Wasser tendenziell immer bergab fließen, sozusagen. Und genauso ist es mit der Evolution, die Mutation und Selektion oder Variation und Selektion sind genauso ein universelles Prinzip in diesem Universum, die Dinge variieren und sozusagen auf Dauer überleben können nur Varianten, die sozusagen genügend an Ressourcen herankommen und alle anderen, die die nicht genügend an Ressourcen herankommen, sterben aus und gehen kaputt. Also auch dort ist der Fluss sozusagen der Fluss des Lebens kann auch nicht bergauf fließen, jedenfalls nicht längere Zeit, wenn er ein bisschen Schwung hat. Ja, wenn zum Beispiel ein Arzt aus dem Privatvermögen heraus, aus dem Familienvermögen heraus einen gewissen Schwung hat, also noch Geldreserven hat, dann kann er sich mal für gewisse Zeit erlauben, auch einmal nicht nur Geld auf Kosten der Bevölkerung zu machen, sondern auch mal neu zu denken. Und daraus resultieren dann solche kritischen Ärzte wie Professor Back, die Wodak, Schiffmann oder die Professoren des Weltrates, beziehungsweise der Next Scientist for Future, solche Ausnahmeleute. Aber das bedarf immer so ein bisschen eines Ressourcen des Restschwunges aus anderen Bereichen. Man muss sich das finanziell leisten können, weil der normale kleine Arzt, der keine finanziellen Reserven hat, kann sich meistens nicht erlauben, dem Mainstream der Ärzteschaft zu widersprechen, weil er dann seinen Job verliert und kein Geld mehr bekommt. Und wer sozusagen den ärztlichen Leitlinien widerspricht, der verliert sehr schnell seine Zulassung und so weiter. Also Sie sehen es ja auch, dass auch jetzt ja schon erwogen wird, ob man nicht da bestimmten Ärzten juristische Schwierigkeiten machen sollte und ob man ihnen nicht die Approbation entziehen sollte und so weiter. Ja, das heißt also, es ist bei einer Firma wie McDonalds ja nicht leicht, plötzlich gesundheitsorientierte Hamburger verkaufen zu wollen. Das gibt immer Ärger sozusagen. Schluck Wasser. Und so muss man das verstehen, dass eben die, die, ja, was mache ich jetzt für einen Fehler? Die Kreationisten der Universitäten, also die Medizin hat es geschafft, dass also nur die besten Wissenschaftler erkannt haben, ja, die Medizin war ja noch nie eine Wissenschaft. Sie ist von Anfang an ein Geschäft und bei einem Geschäft wirken ganz andere Interessenslagen als Wahrheitsfindungsinteressenslagen. Also sozusagen, aber die Medizin ist reich und die Pharmazie ist reich sozusagen. Und die haben dann sozusagen nach und nach über ihre Vorteilbringenden Irrtümer die, die anderen Fakultäten auch immer stark infiziert der Universitäten und, und außerdem richtet sich sowieso die ganzen Universitäten natürlich nach dem, woher das Geld kommt. Und das kommt oft von privaten Konzernen, die auch nicht an der Wahrheit interessiert sind, sondern an Geschäftsförderungsergebnissen, die dazu geeignet sind, Geschäftsförderung zu betreiben. Ja, ich habe vergessen, bitte stellen Sie hier unten rechts an dem runden Ding die Geschwindigkeit schneller auf 1,5 oder 1,75. Probieren Sie mal aus. Ja, also, deswegen sind Kreationisten der Unis sind eine der ganz großen Gefahren dieser Erde. Die Flacherdler sind schon seltener, weil die sich ja quasi auf Sichtweisen berufen, die noch ein paar Jahrhunderte zurückliegen. Die Kreationisten sind die an der Uni, die sozusagen geistig entweder überfordert sind, intellektuell überfordert sind, die letzten 160 Jahre dieser universellen Gesetzmäßigkeit, Mutation und Selektion, Variation und Selektion richtig verstehen zu können. Das finden wir in vielen Bereichen der Geisteswissenschaften, dass dort nicht genügend Geist vorhanden ist, um Mutation und Selektion ein sehr schwieriges Prinzip dieses Universums wirklich voll zu verstehen. Und ja, und das ist für die Politik ein großes Problem, wie wir ja gesehen haben, jetzt an dieser Sendung, an dieser Kreationisten-Sendung. Ja, und jetzt gehen wir nochmal, gucken wir mal, was da so an Kommentaren so lief. Sie, da wird also jemand angesprochen, wahrscheinlich von den Flacherdlern oder von diesen Kreationisten. Sie kommen zu anderen Erkenntnissen, weil ihre naturwissenschaftliche Ausbildung mangelhaft ist. Newton hat uns gelehrt, dass Wasser nicht dauerhaft bergauf fließen kann. Darwin, dass gutes Handeln im Gesundheitswesen unmöglich ist, weil es zu jeder Zeit ausstirbt und wegkonkurriert wird durch finanziell erfolgreichere Irrtums-Meme-Träger. Ja, das stimmt so in dieser Absolutheit und das bedeutet auch, dass wir uns auch keinen falschen Illusionen hingeben dürfen. Professor Bakhti, Wodak Schiffmann und auch die Professoren der Next Scientists for Future und des Weltrates sind zwar in vielerlei Hinsicht wahrheitsorientierter als der Mainstream, als Trosten, Wieler, Lauterbach und so weiter. Aber grundsätzlich absolut wahrheitsorientiert ist ganz unmöglich, denn woher wollen Sie denn als Ausnahmearzt die Milliarden Gelder kriegen, die Sie als Forschungsgelder bräuchten, um letztendlich erforschen zu können, dass all die vorteilbringenden Irrtümer der Medizinindustrie und der Pharmaindustrie und der Impfindustrie und so weiter, dass das alles sich um Unwahrheiten handelt. Dafür bräuchten Sie Milliarden, um das zu erforschen, was wirklich alles noch unwahr ist und dann brauchen Sie noch mal ein paar Milliarden Forschungsgelder, um herauszufinden, um herauszufinden, was alles denn wirklich wahr ist, wie denn wirklich gesunde Ernährung aussieht. Das weiß heute immer noch kein Mensch, weil wir das gar nicht wissen können. Das ist sehr schwer zu erforschen und dafür gibt es im Prinzip gar keine Gelder. Die paar kleinen Alibi-Gelder, weswegen so manche Ärzte so ein bisschen was über gesündere Ernährung wissen, das ist alles ja nicht gesichert. Das ist ja keine zuverlässigen Untersuchungen und zuverlässigen Untersuchungen beginnen ja erst, wenn da Kriminalpolizisten über die Schulter schauen, vom Bundeskriminalamt, wenn der Bundeswahlleiter, das Statistische Bundesamt Wiesbaden, wenn die besten Statistiker der Erde zusammen mit den Bundeskriminalbeamten, also gucken, hier wird hier auch wirklich nichts gedreht, ausnahmsweise mal nichts gedreht, es sind ausnahmsweise diese Statistiken ausnahmsweise mal nicht gefälscht, sind diese Studien mal nicht irrtumsbehaftet und so weiter. Also das ist auch wieder so schwer und kostet so viel Geld, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie ein einzelner Arzt an Wahrheiten kommen will, an wirklich umfassende Wahrheiten. Es gibt immer einzelne kleine Ahnungen in Richtung von Wahrheiten, aber mehr ist nicht möglich, denn nur die milliardenschweren Etats von Staatshaushalten können es ermöglichen, dass die statistischen Bundesländer und Wahlämter und statistischen Landesämter und so weiter könnten mit vielen Milliarden und mit Kriminalpolizisten und mit den besten Statistikern der Welt vielleicht so ausgestattet werden, dass sie dann Wahrheiten herausfinden können, sodass dann ausnahmsweise Statistiken und Studien mal nicht gefälscht oder irrtumsbelastet sind und ein Irrtum reicht, um eine Studie wertlos zu machen. Also von daher gilt dieser Satz absolut, ja, auf Dauer ist es so, dass auch Ärzte, wie sie im Weltrat versammelt sind oder Ausnahmeärzte natürlich immer nur Teilwahrheiten gegen den Strom herausfinden können, aber wir müssen dafür sorgen in der Politik, dass wir überall so starke positive Anreize setzen, dass der Hauptstrom in Richtung Wahrheitssuche und Wahrheitsfindung fließen kann und dass dann sozusagen die Gravitation, die Anziehungskräfte sozusagen den Fluss Richtung Wahrheit fließen lassen. Ja, und das geht nur, das geht nur, und dafür muss der Kernsatz der Basis oder von wir 2020, muss der Kernsatz lauten, wir ziehen viele unentgeltliche externe Reformer zu Rate, unter anderem, aber auch ganz wichtig dabei, die Next Scientists for Future, denn die helfen uns in den Ministerien immer darauf zu achten, dass sozusagen die richtigen positiven Anreize für jede noch so knifflige und schwierige Situation gefunden werden, die ein Maximum an Wahrheitsorientiertheit unserer Gesellschaft ermöglichen können, sozusagen. Ja, ich lese mal weiter, also ich lese nochmal vor, weil dieser Satz gilt wirklich so absolut, wie hier diese Kommentatoren das geschrieben haben. Newton hat uns gelehrt, dass Wasser nicht dauerhaft bergauf fließen kann, darwin, dass gutes Handeln im Gesundheitswesen unmöglich ist, weil es zu jeder Zeit ausstirbt und wegkonkurriert wird durch finanziell erfolgreichere Irrtumsmeme-Träger. Ja, und das gilt eben auch dafür, deswegen ist auch ein Professor Bhakti wird seine Ecken haben, wo er noch Unwahrheiten bzw. Irrtumsmeme oder parasitäre Meme, nein, in dem Falle sind es dann vorteilbringende Irrtümer seiner eigenen Branche, noch mitschleppt und mitschleift, sozusagen. Aber trotzdem schätzen wir ihn natürlich wegen seiner Wahrheiten, die er auch sehen kann. Ja, und weil er schon seit Jahrzehnten ein wissenschaftskritischer und medizinkritischer und aber auch industriekritischer Arzt war, wie er eine Fernsehsendung bewiesen hat. Ich lese mal weiter. Also sind Sie hier auf diesem Sender, damit ist gemeint der Sender, der diese Kreationisten da beherbergt, sozusagen, unter anderem auch den Kreationisten Schlauchboot-Fan und so weiter. Also sind Sie hier auf diesem Sender für uns sogenannte latente Kreationisten, die aller Welt erzählen, was er würde bergauf fließen und Mediziner seien zu realistischen Aussagen fähig. Ob sie sich zudem noch als verkappte Flacherdler erweisen werden, wird sich zeigen. Gute echte Wissenschaftler haben zu allen Zeiten erkannt, dass die Medizin keine Wissenschaft ist, sondern ein Geschäft. Genau, und ein Geschäft braucht im Kapitalismus, braucht im Raubtierkapitalismus, in dem wir nun mal im Moment leben, egal ob dieser Raubtierkapitalismus sich als unter dem Wort soziale Marktwirtschaft tarnt. Es ist ein Raubtierkapitalismus und in den Rahmenbedingungen eines neoliberalen Raubtierkapitalismus gilt eben, dass kein Geschäft von Wahrheit leben kann, sondern immer nur von Irrtum. Und dann heißt es weiter bei den Kommentaren, es ist schön, dass Sie als latenter Kreationist und esoterischer Neoliberaler das so sehen, Ununterbrochen erzählen Sie den Zuschauern, dass Charles Darwin und Alfred Russell Wallace Unrecht haben und Sie als Kreationist Recht haben, dass die Evolutionsbiologie falsch ist. Ständig erklären Sie als Esoteriker den Zuschauern, dass die evolutionären Gesetzmäßigkeiten selbstverständlich nicht für Menschen gelten, dass die Pharmakonzerne, ärztlichen Statistiker und Ärzte engelsgleiches, selbstlose Samariter sind, dass es sich um höhere Geistwesen der selbstlosen Hingabe handelt, die Kraft ihres Willens gottgleich der Menschheit Segen bringen, die nur unser Allerbestes wollen und nur zur Wahrheit fähig sind. Also ich würde mal so ergänzen, die nur unser Allerbestes wollen, nämlich unser Geld aus unserer Tasche ziehen wollen, sozusagen. Das ist die Wahrheit. Denn auch die haben eben vorteilbringende Irrtümer im Kopf. Die schwarzen Schafe, das sind die kriminellen Ärzte, die wollen uns ganz direkt unser Bestes, unser Geld aus der Tasche ziehen, mit Betrug und so weiter. Aber die anderen irren sich, haben die vorteilbringenden Irrtümer im Kopf und die denken, sie wollten unser Bestes, aber im Prinzip holen sie auch nur Geld aus unserer Tasche. Das macht keinen großen Unterschied, sozusagen. Das ist ja gerade das Verrückte, dass Menschen, die in bester Absicht haben, noch viel gefährlicher sind als die schwarzen Schafe, denn die wissen wenigstens noch, dass sie Verbrecher sind, während die anderen ja noch denken, sie würden, ja, denken wir uns mal, welche Grausamkeiten hat der Nationalsozialismus begangen, welche schwerst Verbrechen. Und jeder Nationalsozialist hat die ganze Zeit gedacht, er würde irgendwas Gutes tun. Und da sieht man, wie gefährlich vorteilbringende Irrtümer sind, dass sie fast noch gefährlicher sind als kriminelle Pläne, weil dann auch die Menschen noch das Gefühl haben, was Gutes zu tun und deswegen dann gar keine Hemmungen mehr haben. Ja, und man hat ja gesehen, wie die Nazis sozusagen überhaupt keine Hemmungen hatten, Menschen, Massenmorde in aller Welt zu begehen, sozusagen kriegerische oder Judenvergasungsmassenmorde und so weiter zu begehen in aller Welt, weil sie überzeugt waren, das Gute zu tun. Also vorteilbringende Irrtümer sind noch viel, also Träger von vorteilbringenden Irrtümern sind noch viel gefährlicher als offen kriminelle schwarze Schafe, die wenigstens noch gewisse Hemmungen haben, manchmal jedenfalls, oder wenigstens Hemmungen haben könnten. Während der Träger eines vorteilbringenden Irrtums ohne jegliche Hemmungen überzeugt ist, ein Retter der Menschheit zu sein, wenn er gerade mal wieder so und so vier Millionen Menschen umbringt, sozusagen. Also das ist doch das, worum es geht. Und dann muss man sich hier nochmal klar sein, ja, das ist ja auch diese Idee, die Kreationisten, also diese Neoliberalen sind ja auch Kreationisten, weil die davon ausgehen, ja, die Evolution erlaubt doch, dass die milliardenschweren Werbekonzerne und deren Manipulationsstrategien, die also den ungebildeten Menschen sozusagen krankmachende Billiglebensmittel nahe bringen sozusagen und denen schmackhaft machen, die sind natürlich auf jeden Fall schwächer, da die Armen, die brauchen doch nur mal so ihre Vernunft anzustrengen und mal selbst für sich ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Wir brauchen doch die nur so ein bisschen an die zu appellieren, dass die ein bisschen Verantwortung übernehmen sollen. Und dann entwickeln die plötzlich eine geniale Geisteskraft und werden plötzlich Genies und durchschauen alle Tricks der intelligentesten und reichsten Werbekonzerne und durchschauen das und werden sich dann fortan kerngesund ernähren, immun geworden gegen jegliche Werbung. Da fragt sich dann, warum wird dann überhaupt noch Geld für Werbung ausgegeben, wenn doch alle angeblich plötzlich zu Genies werden können, nur wenn sie sich mal an ihre Verantwortung erinnern. Also man sieht diese Absurditäten dieser kreationistischen Neoliberalen, überhaupt keine Berücksichtigung der evolutionsbiologischen Prinzipien, dass natürlich dort, wo das viele Geld ist, die Leute mit den größeren Gehirnen arbeiten, die natürlich dann bessere Manipulationsfähigkeiten haben und bessere parasitäre Meme und Killerviren des Geistes ausarbeiten können, die dann eben die Gehirne, die in die Gehirne der Unterschichten mit ihren kleinen Gehirnen sozusagen problemlos eindringen können, deren Gehirne verseuchen können und infizieren können, sodass die dann willige Konsumenten all das Sondermülls werden, den sich so die Industrie so ausdenkt und mit dem sie die größten Verkaufsprofite machen kann sozusagen. Also ja, das sind, ja, ich lese mal weiter. Es ist immer wieder schön zu sehen, zu welchen Selbstillusionen Menschen doch fähig sind, wenn das Bildungsniveau, ja, da ist wohl gemeint, gering ist. Je weniger das können, desto größer, ja, da gibt es immer, die Leute zitieren, und das ist so paradox. Die Leute zitieren immer, dass es diese Dunning-Krüger oder was auch immer Effekte gebe und so weiter und merken nicht, dass das genau auf sie selber zutrifft. Genau wie Leute sagen, ja, ach, das andere Konzept würde ja zum volkswirtschaftlichen Schaden für Deutschland führen und merken nicht, dass ihr eigenes Konzept zum volkswirtschaftlichen Schaden für die Gesellschaft führen würde und so weiter, ja. Ja, also das war es jetzt mit dieser Geschichte jetzt hier. Ja, vielleicht so viel, aber jetzt kommen noch die Kurznachrichten hier. Wo muss ich hin? Ja, wir müssen uns noch einmal erinnern an Parallelen zu den Sozialspartlern, ja. Die NGO-Sparten erhalten sich auch, also bei den Sozialspartlern ist ja so, die haben allerbeste Absichten, haben vorteilbringende Irrtümer im Kopf, fünf Gruppen an vorteilbringenden Irrtümern, die dazu führen, dass dann die gesamte Gesellschaft dann infiziert wird von diesen vorteilbringenden Irrtümern, die man dann in den Köpfen der Restgesellschaft als parasitäre Meme und Killerviren des Geistes bezeichnen kann, weil sie eben schädlich sind für die Restgesellschaft und dadurch erhalten sie sich ganze Armeen von Arbeitslosen, Obdachlosen, Sozialfällen und so weiter und erzeugen dadurch auch, fördern auch dafür, dass Sozialfälle wieder viele Kinder bekommen, wodurch dann wieder neue Sozialfälle als Kundschaft für die Sozialsparten übrig bleiben. Und parallel dazu ist es bei den NGO-Sparten, die erhalten sich in aller Welt, notleidende Tiere, manchmal sogar aktiv, es gibt sogar auch dort schwarze Schafe, die laut Fernsehberichten ganz aktiv sozusagen, Not in der Außenwelt erzeugen, also außerhalb Deutschlands, in der Restwelt erzeugen. Also bei den Sozialsparten ist es eher so, dass sie quasi die Not in der Restgesellschaft erzeugen. NGOs unterscheiden sich eigentlich nur, dass sie Not in der Restwelt und der Resterde erzeugen, Notlagen und so weiter, in aller Bereich, im Bereich der Tierwelt, der Menschen, der Armut und so weiter und dort überall auch dafür sorgen, dass der Nachschub an Sozialfällen in aller Welt nicht ausstirbt, also an Hungernden in aller Welt nicht ausstirbt und so weiter, indem sie nicht das Hungern in der Welt beenden, sondern eben verlängern und immer wieder neu kreieren. Das habe ich ja schon tausendmal beschrieben, wie die das machen, mit welchen vorteilbringenden Irrtümern, welche da eine Rolle spielen. Und so kommt es dann dazu, dass es in der Welt immer genügend Notlagen bei Tieren, bei der Natur, bei der Welt und der Erde und in der dritten Welt gibt, sodass dann immer die Spenden kräftig fließen, dass man dann immer appellieren kann an die Notrettungstendenz der Mitmenschen. Dann bekommt man viele Spenden und gute Gehälter. Die Geschäftsführer und die Mitarbeiter kriegen gute Gehälter. Also gilt auch für uns Evolutionsbiologen dieser Spruch, folge dem Geld, den wohl auch Kriminalbeamte sinnvollerweise verwenden sollten, um die schwarzen Schafe zu entdecken, ist es bei den Trägern von vorteilbringenden Irrtümern ähnlich. Evolutionsbiologisch heißt das allerdings etwas genauer, folge den Ressourcenflüssen. Folge den Ressourcenflüssen, denn Ressourcenflüsse, das können auch Eizellen sein. Ja, zum Beispiel, es kann auch sein, dass es eben nicht nur darum geht, als positive Anreize, Belohnungen oder Verstärker wirken ja nicht nur Geld, sondern auch Zugang zu Eizellen von hochattraktiven und hochvitalen Frauenkörpern, ja, zum Beispiel, also Sex als Belohnungsmöglichkeiten, attraktive Mitarbeiterinnen mit Chancen auf Zugang zu Eizellen, sowas wie Anerkennung, auch durch weibliche Personen, können für Männer wirken, für Frauen ist es wiederum interessant, sozusagen an Spermien mit hochwertigstem Genmaterial heranzukommen, sozusagen. Und da können Anerkennung, Lob, Belobigung, Karriere-Schritte, können alles Zwischenziele sein, auf dem Weg hin zu Geld. Und Geld ist letztendlich am Ende auch nur wieder ein Weg oder ein Zwischenmittel, um dann am Ende wieder zu hochwertigem Genmaterial von Geschlechtspartnern zu kommen, sozusagen. Und wobei sozusagen als Verstärker natürlich nicht die Eizellen und die Spermazellen wirken, sondern subjektiv empfunden werden natürlich sexuell attraktive Frauenkörper, sexuell attraktive Männerkörper werden empfunden. Das ist das subjektiv erlebte Ziel. Das ist dabei aber faktisch im Hintergrund natürlich ursprünglich um den Zugang auch der entsprechenden Eizellen und der hochwertigen Gene geht. Denn hinter diesen hochattraktiven Frauenkörpern stecken ja dann und den hochattraktiven Männerkörpern stecken ja normalerweise dahinter auch hoch und wohlriechenden Männer für die Nasen bestimmter Personen subjektiv wohlriechenden Männer und Frauenkörpern stecken ja dann dahinter immer auch hochwertigste Gene. Zumindest für die Person, die das gerade als positiv empfindet, sind es dann oft gut passende und in dem Sinne hochwertige Gene, nämlich im Sinne einer guten Passung. Denn das muss nicht bedeuten, dass diese Gene für alle Menschen gut passende Gene sind, sondern dass sie, die Gene müssen ja zueinander auch gute Kameraden sein können, ja und so weiter. Also ja, also auf jeden Fall folge den Ressourcenflüssen. Und ja, das war es aber schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau. Ich fasse zusammen für die Partei die Basis und wir 2020 wird das überlebenswichtig sein, ob sie mit echten Wissenschaftlern zusammenarbeiten, die ihnen ganz klar sagen können, dass wir positive Anreize so gekonnt und gezielt setzen müssen, dass die Gesellschaft sich von den Vorteil bringenden Irrtümern, den parasitären Memen, den Killerviren des Geistes immer mehr befreit und dadurch aufblüht, dass sie von den Unwahrheiten befreit wird und zu einer Gesellschaft, wir in Deutschland zu einer Gesellschaft der Wahrheit und des Wirtschaftswunders werden. Denn im Moment sehen wir doch alle, was für schreckliche Folgen Unwahrheiten haben und Irrtümer haben, vorteilbringende Irrtümer haben, was für grausame Folgen die für uns alle haben. Also, das war es schon wieder mal mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau. Heute, tschüssi, bis bald. Heute, tschüssi.